Ah, die sind kaputt. Ich bin am 10 Uhr aufgestanden und bin seitdem dran gewesen am gestrigen Vlog zusammenschneiden Und ich habe bis jetzt gehabt, jetzt ist es 5 Uhr 2. Das war mega lang, das ist mega, mega aufwendig. Ich möchte noch ein paar neue Schuhe kaufen, weil ein paar Schuhe sind kaputt. Und ich möchte eigentlich ein paar warme Winterschuhe, die aber auch schick sind. Also schick, einfach ein paar warme Winterschuhe. Ja. Und für den Tag gehe ich auf Aarau. In Aarau hat ein cooler Laden. Und ich gehe schauen, wenn man es keine hat, dann habe ich kein Geld ausgeben. Ja, ja, so kann man schon rausgehen. Ich gehe jetzt auf Aarau, die Schuhe geposte. Jetzt fahren wir auf Aarau. Über die Staffel Ecke. Ich habe sicher eine halbe Stunde für Aarau zu fahren. Und dann in der Lade gehen Schuhe kaufen. Oder auch nicht, nachdem ich es habe. Und dann sicher noch die Posten zum Essen. Weil der Oli kommt und jetzt essen. Und dann ist es halt zum Tag. Ja. 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 Das ist eine Shoppingtour, das war wirklich eine Shoppingtour. Ich suche eigentlich Winterschuhe, aber dezentige Winterschuhe, nicht so mächtige Pam Pam Winterschuhe. Ich wollte keine Egonie. Jetzt ist es schon halb fünf, jetzt gehe ich mit Retour nach Hause. Dann ist langsam der Oli gekommen und dann kocht man etwas zusammen. Ich habe eingekauft, es gibt Cordon Bleu mit Salat. Jetzt haben wir eigentlich die Stoffel Ecke oben. So schön. Noch ein random fact, auf dem Parkplatz habe ich gelernt parkieren mit meinem Papi. Vor 23 Jahren und mit 18 habe ich eigentlich das Billet gemacht. Ja vor quasi sechs, nein fünf Jahren. So cool. So cool. So cool. So cool. So cool. Ich warte auf mein Schatzi-Batzi, aber es kommt einfach nicht. Oh, jetzt sind es fünf Minuten. Schatzi-Batzi kommt. Ja? 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 Die Koshme. umbrenn 756 grad harry potter